Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder mal, euer xgamer032x und ich heiße euch sehr herzlich willkommen zu Part 96 meiner Let's Play Minecraft Serie. Wir werden jetzt da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Hab ja euch versprochen, ich mach nicht alleine weiter. Wir wollen das ja zusammen entdecken. Gut. Hier waren wir schon. Hier können wir jetzt mal lang gehen, meiner Meinung nach. Vorher nochmal mit neuen Fackeln ausrüsten. Wir haben ja noch genügend. Ist ja zu Ende. Oh, Gold. Da haben die NPCs uns Gold freigelegt. Ganz hilfreiche kleine Kerle. Kleine Burschen. Joa. Sonnenstöpsel. Also ehrlich. Na, was höre ich hier? Ich mag das nicht hören, was ich gerade höre. Wieder ein weiterer Gang. Oh, Eisen. Da unten waren wir. Nehmen wir die Kohle noch mit. Im Moment brauchen wir sehr viel davon. Erstens, weil wir sie sowieso irgendwann brauchen, wären zum Einschmelzen für Erze oder Fackeln. Halt so für das, was man Kohle so braucht. So. Wo gehen wir denn nochmal lang? Da unten waren wir. Hier waren wir noch nicht. Gehen wir mal hier so schleichend dran vorbei. So. Was haben wir hier denn Feines? Äh, ja. Das sieht mir ganz nach gar nichts aus. Außer Eisen. Eisen ist ein sehr gutes Material. Ich liebe Eisen. Ach ja. Eisen, Eisen, Eisen. Jetzt haben wir hier... Oh, noch mehr Eisen. Gut. Da ist nix. Hier vielleicht noch irgendwas bei der Lava gewesen. Ne. Gut. Bauen wir das hier nochmal ab. So. Hier vielleicht noch irgendwas, was man verpassen könnte. Na, komm schon. Nö. Gut. Jutti. Hier waren wir anscheinend auch noch nicht so wirklich. Uiuiui. Wir teilen die Abschnitte erstmal. Wäre so mein Gedanke. Hä? Wie jetzt? Oh Gott! Hier verläuft man sich ja. Da oben ist es auch noch. Hier scheint auch noch etwas zu sein. Ich mag es nicht, wenn es dunkel ist. Uiuiui. Wie weit das hier geht. Oh Gott. Wir sichern uns hier kurz, damit wir es in Ruhe abbauen können. Oh ne. Das ist ein Gift-Spin-Spawner. Wir packen hier jetzt gleich Fackeln hin. Uiuiuiui. Uiuiui. Oh Gott sei Dank ist der schon erleuchtet von den, von der Lava. Ich zeige euch den jetzt mal. Da seht ihr, das sind die Gift-Spinnen. Die hasse ich. Ich glaube sogar, die können sich schneller in den Seiden bewegen. So. Was kann man hier finden? Ähm. Ein Cave. Gift-Spinnen. Ah, Gift-Spinnen. Ah, ah. Gift-Spinnen sind nicht gut. Ich hasse Gift-Spinnen. Schon mal erwähnt? Ähm. Gut. Ich hoffe doch mal jetzt einfach darauf, dass hier nichts spawnen, während ich hier rumlaufe. Und so viel Eisen und so, wie wir es schon haben. Das ist echt Hammer. Ich würde aber gerne mal ein bisschen Diamant finden. Sonst habe ich immer im Creative-Mode, also im Kreativ-Modus, da hat man ja unendlich Leben. Und dann bin ich auch mal so, habe ich einfach mal runtergebuddelt. Und dann bin ich irgendwann auch auf so einen Gang gestoßen. Ah, nee. Gift-Spinnen. Ah. Nein. Oh, ich glaube... Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, unsere Panzerung hat das abgewehrt. Denn das Gift. Und ich wäre ja fast reingelaufen. Weil ich so schnell unterwegs war. Gott. Da hinten sehe ich Gold. Haha, die Spinne ist da reingefallen. Ah, da kommt mir gerade mal so eine Idee. Wieso muss man den Spinne immer alles so einfach machen? Wenn sie uns haben wollen, sollen sie sich uns holen. Aber das wird nicht so leicht. Na, was ist das denn? So will ich das nicht. Na. So will ich das. Perfekt. Guti. Hier hinten. Uiuiui. Was ist das? Uiuiui. Uiuiui. Ich glaube, das ist eine zweite Hölle hier unten. Holen wir uns mal das Redstone. So, ein bisschen holen wir uns. Und den Rest lassen wir da eben liegen. Haha. Tja. Genau das sollte es erreichen. Ähm. Gut. Ich würde sagen, jetzt sind wir hier hinten sicher. Abgesehen mal von der Lava hier und diesem Lachs zwischendurch. Müssten wir jetzt soweit sicher sein. Uiuiui. Ich habe Schiss, dass wir einen Powerlack kriegen. Und auf einmal liegen wir in der Lava. Das ist nicht Sinn der Sache. Aber ich würde gerne wissen, was ist da hinten noch? Weil das scheint ja ein richtig langer Gang wieder zu sein. Gold. Oh, geil. Ich sage Gold, ey. Wir haben Diamant gefunden. Hm. Geil. Geil, 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 geil. Geil, geil, geil. Diamanten. Das finde ich sehr schön. Ich freue mich sehr. Haha. Spinne verreckt. Das ist unser Abwehrmechanismus. Mehr haben wir nicht. Wir können uns nichts anderes leisten. Ähm. Ja. Ein Diamant. Ja. Uiuiui. Zwei Diamanten. noch irgendwas. Zwei Diamanten. Uiuiui. Uiuiui. Na, was mache ich denn da? Ich will hier raus. Ich will erstmal unsere Diamanten und so in Sicherheit bringen. Okay. Hier waren wir also eben schon. Da ist noch Gold. Das holen wir uns. Ich glaube, wir machen gleich echt mal einen Rückzieher. Ich will die Sachen in Sicherheit bringen. Nicht, dass wir hier nochmal sterben deswegen oder so. Da ist das Skelett. Scheiß Ding. Sehr böses Wasser und ein sehr böses Skelett. Kann das Ding nicht mal, das Ding da nicht mal runterspringen? Uiuiui. Ne, oder? Haha. Wir sind tatsächlich auf noch so ein Ding gestoßen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder ob ich gleich anfangen soll zu heulen, weil das ist mittlerweile schon beängstigend, wie groß das hier alles ist. Ich werde nochmal ganz kurz gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Äh, ja. Eine Minute knapp noch. Das ist Mist. Ich hätte das gerne noch mit euch weiter gemacht. Hoffentlich finden wir hier noch was Aufregendes. Gut. Gut. Hier sagt mir der Timer, dass dieser Part zu Ende ist. Das sind denn zwölf Minuten jetzt hier gewesen. Ähm, ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Ja, ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch und abonniert mich. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ähm, weil ich stecke wirklich... Naja, ich stecke Zeit in diese Videos rein und auch wenn es bei mir nicht allzu lange dauert mit dem Hochladen, aber ich stecke auch Zeit beim Hochladen damit rein. Und in der Zeit kann ich nichts machen, weil mein Internet denn so lahm ist, äh, ist es einfach nicht in der Lage, mehr denn zu schaffen. Hier haben wir noch einen Spawner, ähm, gut. Oh, eine Truhe, da gucken wir jetzt noch rein. LOL, wir haben zwei Diamanten da drin! Zwei Diamanten! Sieben Lapis! Ein Gold, drei Eisen und ein Brot. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier und ja. Ciao, Leute! Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.